Oh, da sind wir noch da. Der halbe Wald wieder an mir ran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum muss das so sein? Ich glaube, ich gewöhne mich langsam daran. Das war falsch gegessen. Nee. Wo habe ich meine Waffs? Oh nein. Komm. Ach nee, gib mir die Hälfte. So, und nun, wo habe ich meine Restwaffen hin? Irgendwo habe ich Waffen hingeschmissen. Hier. Ja, das ist ja nichts Besonderes. Kann ich das ranziehen? Okay. Nee. Warum? Warum habe ich so eingebaut, dass ich da nicht hinkomme? So. So. Jetzt. Ersatzkleidung am Start. Da wird. Jawohl. Ein bisschen gegessen haben wir auch. Habe ich noch ein Schild. Ein gutes Schild. Dann ein paar Pfeile. Ja, diesmal gehe ich nicht ohne. So, lasst uns gleich zurück und das Material holen. Oh nee, das gibt es doch nicht auf keinem Schiff. Zum zweiten Mal gestorben. Glaubt ihr das? Das glaubt mir kein Mensch. Jedes Mal wegen dem Zorngeist. Weil da hätte ich vom Händler aus bessere Chancen gehabt, oder? Ein bisschen Abstand halten vom Sumpf. Dass wir nicht jeden auf uns ziehen. Ach. Bleib weg. Hier, Ski. Ich möchte nichts von dir. Ah, ein Schwein. Oh Gott. Was ist das? Eine Riesenschlucht. Okay, der beschwerliche Weg. Zur Kleidung. Zur Ausrüstung. Komm schon, mach. Ich bin bald beim Händler. Das ist irre, oder? Na ja. Das ist ein Scherz. Ich wäre besser beim Pendlerportal raus. Hätte ich gleich machen können. Na ja. Jetzt bin ich schon da. Dann soll es so sein. Ja, du kannst mich am Hoppeles... Lass mich in Ruhe. Ah, das war schon irre, oder? Die ganze... Gut, alles was es gibt, hat mich auf einen Ratz, Fatz angegriffen. Ja, toll, ein Spawner. Ja, da muss ich jetzt auch noch so langsam durchschleichen. Bestens. Und jetzt habe ich noch einen Berg dazwischen. Nee. Glaubst du das? Ich bin ja auch noch vom Pech verfolgt. Oh Mann. Jetzt kommt schon. So, jetzt habe ich es mal vorgerichtet. Also, einmal um den Berg. Voilà. Ja, der Hügel kann auch kalt sein. Merke ich schon. Ich will schon anfrosten. So, jetzt sind wir auf der Sumpfseite endlich angekommen. Da habe ich in dem Turm genug erledigt. Da unten wartet noch das Empfangskomitee. Habe ich gerade gesehen. Hört ihr es? Gleich mal weiter. Wo ist meine? Wow, das ist noch ein Stück. Nee, das war doch richtiges Pech. Ich meine, klar. Die möchte ich jetzt mitnehmen. Damit ich mehr Marmelade machen kann. So. Aufi, ins Getümmel. Ja. Wie weit noch? Cool. Oh, da gibt es matzenhaften Blaubeeren. Cool. Lass mich in Ruhe. Oh, ja. Okay. Okay. Einer. Einer. Der halbe Wald wieder an mir ran. Das gibt es doch nicht. Was ist los? Okay, dann nehme ich dich auch noch mit. So, jetzt aber. Komme ich irgendwann mal bei meiner Rüstung an, ohne dass mich... Ja, selbstverständlich. Du bist auch noch da. Das Sumpfmonster. Ah, okay. Jetzt bin ich doch bald da, oder? Ah, nee. Jetzt erstmal hochhehlen und dann zu meiner Rüstung. Da habe ich schon wieder so viel Scheiß dabei. Ach so. Gut. Gut, tausche ich jetzt gleich. Oh, nee. Der blöde Hund wartet vor meiner Rüstung. Ah, so. Okay. Der zweite Tod. Gut. So, jetzt zum... Halt, ich habe das... Ja, genau. Moment. Ich habe das da. Den... Den... Blibber wollen mitnehmen. Einen habe ich ja bekommen. Hier kriege ich auch noch einen, ohne hoch zu gehen. Alles gut. So. So. Vielleicht sollte ich doch das ausrüsten. So. Jetzt richtig. Und jetzt möchte ich aber zur Belohnung... für die Strapazen den Samen... für die Strapazen den Samen. Das wäre doch ein schönes... I-Tüpfelchen. Auf das Ganze. Und dann nehme ich mal das. Bevor ich darum schon wieder sterbe. Aber ich kann es wieder nicht lassen. Ich gehe wieder rein. Ja. Ich habe euch gesehen. Schnitzis. Ja. Aber ich habe jetzt die Rüstung. Das Knochenschild. Und das ist einfach besser. So. Wollt nochmal Bescheid sagen. Und ihr könnt mich auch... kreuzweise... Ja. Kannst ruhig kommen. Kein Problem. Dann... habe ich doch zu viel mitgenommen. Mäh. Mäh. Ah. Voll out der Gier. Egal. So. Hier in der Beinze überziehen. Jetzt zum Samen. Zurück zum Samen. Amen. Schlundi. Schlundi. Schlund. Ja. Nehme ich auch mit. Nein. Disteln. Ich habe gar keinen Platz. Ich brauche den Samen. Uh. Kommt der. Kommt. Kommt. Oh. Oh. Zweier. Wow. Klasse. Geil. Oh. No. Nix geil. Alter. Moment. 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 Okay. Jetzt ich. Ich habe gar nichts in der Hand. Ich habe gar nichts in der Hand. Moment. Jetzt ich. Jetzt ich. Jetzt. Jetzt. Sattel. Okay. Nun zu dir. Ah. Moment. Moment. So. Und nun zu dir. Endlich. Oh. Also. Ihr seht. Doch nicht so einfach. Ständig. Irgendeine Gefahr. Ich habe zu viel. Jetzt muss ich die Klipper wegschmeißen. Hätte ich das. War nicht. Ah. Ne. Mann. Ja. Wer sich in Gefahr begibt. Kann darin umkommen. Ne. Was ist das? Schlamm. Ach. Hey. Weißt du wo das? Okay. Keine Antwort. Aha. Jetzt ist es besser. Dem gebe ich schon mal eine kleine Akupunktur vor. Oh. Reicht sogar. Die beiden bekommen auch eine. Ah. Wenn ich sie treffe. Wenn ich sie treffe. Okay. Einen hätte ich mal. So. Nun zu dir. Freund Kirsche. Ah. Ah. Das ist ein Zeher. Oder ich treffe dich nicht richtig. Auch gut. Ja. Wenn jeder oder alle kommen, dann wird es halt schon enger. Das Ganze. Halt. Ich habe hier ganz vergessen. Ich nehme mich auch noch. So. Jetzt. Wo sind die Samen? Uh. Oh. Das war blöd. Da muss ich besser zielen. Uh. Hallo. Darf ich auch? Okay. Okay. So. Jetzt. Jetzt passt das. Wenn jetzt hier am vordersten Zipfel diese blöden Samen sind. Na dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was willst du mit deinem Stein? Du hast einen Krauzwergen erlegt. Nase. Hier gibt es keine Samen. Mein Herren. Habt ihr es gesehen. Wir sind durch. Die Seite steht hier noch in dem Stück, oder? Das wäre jetzt eine Frechheit. Mann. Echt? Nee. Zweimal gestorben für und immer noch keine Pickaxe dabei. Wie blöd. Da sind schon wieder Skelette. Und da ist dann jetzt das nächste dran, aber okay. Ja, also ich hoffe, ich kriege dich noch erledigt. Ach, nee. Ja, was willst du jetzt? Langsam jetzt mit euch. Ihr seid jetzt echt langsam frech, oder? Ich habe keine Ausdauer. Macht langsam. Oh, der ist immer noch da. Und ihr? Ja, dann muss ich euch jetzt töten, weil dann hat sich doch rentiert für euren Blutsack. Ja. Dass ich wenigstens ohne, nicht ohne etwas nach Hause komme. Jetzt mal gucken. Vielleicht ist irgendwo was gewachsen, aber ein ganzer Sumpf abgeklappert. Zweimal. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich Acht geben, weil ihr wisst, was ich meine. Nicht, dass die dritte Tötung bevorsteht. Ja, nochmal. Sterben wäre ja wirklich kontraproduktiv. Aber das ist ja bei mir ein Problem. Ja, dann hängen wir mich jetzt mit. Was soll's? Da vorne kriege ich wieder den Sonngeist. Ihr werdet sehen. Und das Mormont. Nee. Ja, legt doch die Welt am Arsch. Jetzt legt doch die Welt. Äh. Ja. Heide. Nee, das gibt's nicht, Leute. Da ist der Samen. Der Samen. Am Rand. Ich bin umsonst gestorben. Zweimal. Da steht der Rüben Samen. Nee. Nein. Oh. Okay. Na dann, lasst uns verschwinden. Drei Rüben Samen. Die waren teuer. Die teuersten Samen der Welt. Meine Herren, gibt's das auch mit Licht? Aber dann bin ich zehn Punkte in der Rüstung schwächer. Das ist halt schon, hätte ich in der Nähe noch gucken sollen, aber ich hab nichts gesehen. da kommt ja schon. Der Brudelboll. Das Brudelmonster. Nee, geh hoch. Irgendwo da unten rummelt's vor sich hin. Das ist ein Scherz. Das ist echt ein böser Scherz. Der steht hier und wartet auf mich immer noch. Das ist genau so ein Scherz. Lasst uns zurückgehen und einen Umweg nehmen. Ich hab keine Lust, mich nochmal töten zu lassen. Jetzt komm, lasst mich in Ruhe. Hallo, wach. Ah ja, ein Schamane. Hallo, Schamane. Guck an, da hab ich was für dich. Ich möchte die drei Samen in Sicherheit bringen und nicht noch einmal, nicht noch einmal. Okay, immer schön abwechselnd. Gut, das war von meiner Seite ein bisschen mehr, aber so ist recht. Das Schild macht extrem langsam. Ja. das ist mir jetzt auch egal, das Cooper vorkommen. Moment. Ja, ja, alles gut. No. Okay. Man kann nicht in Ruhe etwas lesen. Seht ihr es? Ja, jetzt mache ich sie gleich an. Weil, jetzt kommt dann der Zorngeist. geblitzt. Passt auf, er hat schon durchgeblitzt. Ja, hier war es schon mal, oder? Ja. Dann lockt mich ein Droger in der Falle. und dann kommt der Zorngeist und tötet mich. Ja. Wo ist er? Oh ja, das gelingt mir gerade noch gift. Jawohl, danke. Ach, das Schild macht mich schon wieder so langsam. So, alles trinken, egal, ob ich es brauche oder nicht. Nur mal sicher. Wo ist er? kommt er schon wieder. Ach, nee. Okay. Sind da zwei? Ja, einer im Wald und einer hier im Wasser. Nee, also der Sumpf hat es in sich. und ich dachte noch, na ja, das schaffe ich schon, ich bin jetzt stark genug. Na, ich habe es gesagt, Übermut kommt vor dem Fall. Ja, ja, du natürlich auch noch, fällst mir auch noch hin zu dem Rücken. Immer schön nach oben gucken, derzeit ist da viel los. Das ist verrückt, da ist echt verrückt, der Wald. Der, der Sumpf. Sorry, bald war es gar nicht. Boah. Endlich. Ja, komm, du kriegst eine. Du kannst auch, ja, hau ab, geh weg. Ah, dich nehme ich noch mit. Aus Gehässigkeit. Uh, uh, ja. Dann lasst uns mal gucken, aus etwas sicherer Entfernung. Seht ihr, was da liegt? Seht ihr, seht ihr, seht ihr? Den möchte ich nicht. komm. Ei, 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 den kriege ich nicht. Doch, den kriege ich. Der kommt. Er kommt. Nicht abhauen, nicht weggehen. Ich brauche dein, die Käpe. Ei, echt, kommt er jetzt noch? Den möchte ich mir noch krallen. Mann, keine Energie. Null Energie. Ha, das gibt's doch nicht. das ist mir noch nie unter gekommen. Ich krieg den nicht. So, dann lasst uns noch mal gucken, ob wir von hier aus etwas sehen. Da ist er. Da ist einer. Die ewige, jawoll, jetzt kommt er. kommt er. Komm mal zum Papa. Komm her, komm. Ach, kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Nee, der geht weg. Ich brauche da eine Kette. Hallo? Nein, er ist weg. Baba, baba. Aber, wir wissen, wo wir jetzt immer einen finden werden. Hier in der Gegend direkt also durchs Portal gehen und hierher dann bekommen wir immer wieder genügend Material. Das werde ich jetzt dann auch machen aus Rache. Jede Nacht werde ich herkommen. So. Okay, ist noch ganz. Lasst uns nach Hause gehen. Das war ein Nicht oder ein Halb oder ein ganz beschissener Tag im Sumpf. Was soll man dazu sagen? Ohne Worte. Zum zweiten Mal den Tod im Sumpf gefunden. So. Tja. Dann würde ich jawohl und das Leder raus und und du kommst in die Rumpelkiste. So. Dann muss ich Essen mitnehmen. Jetzt habe ich tatsächlich einen Stein mitgenommen. Wow. Ich bin begeistert. Ja. Das hat mir gefehlt. Ein Stein. Was ist das für Essen? Hier scheint top. Okay. Ihr seht es. Ich glaube es total unterschätzt. Zweimal hat es mich das Leben gekostet. Aber ich habe drei Rübenzahmen. Zum Schluss am Rand zum Düstermald. Ich hätte gar nicht reingehen müssen. Aber es ist fraglich ob er beim ersten Mal schon da war. Was ich sehr bezweifle. Ja. Noch ein bisschen Essen machen. Die heiligen Samen pflanzen. müssen. dann dazu brauche ich was brauche ich denn alles für die Marmeleid. Ja. Okay. Ohne Honig. Sehr gut. Ah. Von den Himbeeren oder was es sein soll muss ich noch besorgen. Habe ich noch? Nein. Ja. Vom Hirscheintopf brauche ich nicht so viel. So. dann lasst uns nein dich nehme ich mit und dich jetzt endlich auch und du kommst raus. So. Die heilige Saat säen. so. Genug Karotten Samen haben wir. Ja schön wieder zu Hause zu sein. Es ist doch immer wieder erquicklich. Lasst uns die heilige Saat säen. Dreimal Rübe. Eins Zwei Drei Auf dass sie gut wachsen werden. Achso. Ne. Gut. Das war jetzt auch blöd. Ja. Das lassen wir so. Oder? Reicht das Vorherste und dann noch was in eigener Sache. Ein Abo und Like oder ein Kommentar wird mir sehr helfen. Danke. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß daran. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.